Wer, oder was, im Dreiteufelsnamen ist Wahnfried? Can't you see? Sie sagt immer neue Schwanzstein. Wahnfried, Siegfried, Wahnsee, Wahnfried, Siegfried, Wahnfried. Wenn du nicht so stachlig wärst, würde ich dich jede Nacht ranlassen. Ein kultureller Vulkanausbruch. Er ist Prinz Charming. Er spielte diesen Part gut. Frau Müller, wir kommen. Weg da. Um euch etwas zu unterhalten. Ich kann, es das Spiel bringt, gibt ja nichts her hier. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senz des Survivors wieder zurück. Gut gelaunt. Viel Spaß beim Zocken. Eine Laune, eine gute Laune, die nur von Florian Silbereisen getoppt werden kann. Das regnet aber laut, meine Herren. Okay, wir sind eigentlich ganz gut gesporen. Wir sind oben an den Böen, oder? Ja, wir werden aber runter und eventuell rüber auf die andere Seite. Wir müssen ja mal deines Kaffees, ja. Ich habe mich erstmal hier hingelegt, Ausdauer sammeln. Schalldämpfer. Ist der Regenball ja auch so laut? Ich verstehe dich komplett so, ja? Ist immer fürchterlich. Aber das war doch schon mal leiser oder was? Also so krass habe ich es auch noch nicht in Erinnerung gehabt. Du schießt? Ja. War ein Steff da drüben. Und der ist zu weit weg jetzt für meine Quest. So, noch Long Road, ja? Mhm. FBI, hör auf wieder! Oh, Bleischbänder, danke dir. Aber vielleicht kommt er ja zurück. Ach so, der ist weggerannt, ja. Hock dich mal irgendwo ins Gebüsch. Ich glaube, die drehen ja mal so Ehrenrunden. Genau. Genau. Ja, sonst mal nach vorne gucken, ja. Kann ja auch mal mit. Kaffee, 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 Kaffee. Kreiser, danke, danke. Für das Tässchen Kaffee. Vielleicht hast du es selbst gehört? Irgendwie ganz leise von links, ne? Oh, vom Strand? Ah, warte, lass den, lass den. Ja. Da kann ruhig bis zur Straße wackeln. Aber die spotten uns auch durch die Büsche, oder? Eigentlich nicht. Nicht? Zwei, oder? Ja. Hast du ihn? Ein, ja. Wo ist der andere? Er klang so wie zwei, oder? Das könntest auch du gewesen sein, wenn du... Ich hätte eigentlich auch gedacht, zwei. Lass mal gucken, ob der gezählt hat. Oh, da drüben hat er geschossen. Links oben, ja. Gongrot. Ja, da drüben zählt. Oh, da beschießen sich zwei. Ja. Da mitmischen, oder? Hierbleiben. Wir könnten eventuell mitmischen, ne? Ah, aber nur ist die Frage. Der vor uns hier, der scheint ja tot zu sein. Natürlich muss man links geschossen, ne? Ja. Halt mal ruhig. Da hat irgendwas Schei gedämpft, das geschossen, ne? Mhm. Ich probere mal unten zur Straße hin, nicht, dass er uns da irgendwie flinken will. Ja. Genau. Ja. 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 Wieso klappert die Leute eigentlich immer mit euren Waffen? Ich verstehe das nicht. Das hört man doch. Das ist bloß, wenn du mal ins Korb reingehst. Nicht machen, weil wie weit man das hört, das hört er garantiert. Wenn der da hinten gesessen hätte, hätte der das gehört. Du gehst, ja. Ich bewege mich, nochmal Richtung Felsen. Hm. Ich habe ihn nicht laufen gehört, du? Nee. Na ja, das klang auch, als wenn die hinterm Hügel gefreitet haben, ja. Aber der eine war hier oben irgendwie. Das hat sich auch irgendwie... Genau, wie gerade vor uns, genau. Ja. Aber ob das der Skeff gewesen war? Aber nee, da hätte er ja sonst gemeckert, oder? Genau. Geiser, ich danke dir. Wir sehen uns am Freitag. Bis dahin. Wünsch dir was. Na ja, dann lass uns weiter. Na gut, an dem Kampfplatz sind wir jetzt schon vorbei. Schwarz, übelst schwarze Gewitterwolke. Sieht krass aus. Ich gucke mal kurz rüber auf die andere Seite. Versuche was zu erkennen. Ich gucke mal kurz. Ah, stimmt. Das können wir gleich machen. Und wenn dieses rote Haus ist, steht dann hier auch hier oben irgendwo? Dieser Merrin, oder wie das heißt. Ja, ja. Hast du den Schlüssel davor? Nee, natürlich nicht. Na dann kannst du dir den Weg sparen. Höchstens ist es offen. Nordi, grüß dich. Du bist schon hoch, ja? Ja. Guck mal hier noch schnell die Kiste. Du kommst gerannt? Jawohl. Du kannst ja mal zu dem rohen Auto gucken, wenn du möchtest. Vielleicht hat ja einer aufgeschlossen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es ist hier vorne die erste Hütte. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So, da rein links. Du bist vorbeilaufen. Da am Bett, am Fenster muss das auf der Erde liegen. Du musst aufs Bett springen, sonst kannst du es nicht aufheben. Das ist wie so ein Koffer oder so. Was sieht das aus? Ach so. Hast du es? Oh, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Oder? War es gut das? Nee. Ah, weißt du was? Was denn? Ich zock da mit Dings hier mit Laptop. Bin wahrscheinlich krass. Nee, ich bin tot. Bin tot. Scheiße. Ich dachte, wenn die auf die Mauspattik kommen müssen. Ja. Aber dann waren es noch Schüsse. Das ist die Anmut selbst. Und die Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich in überhaupt noch nie erlebt habe. Danke, Nordi. Und du liegst noch drin, oder? Ich lieg noch drin. Ich glaube, das war einer von den Typen, die da vorne geschossen haben. Kommt. Das ist der. Na? Warum bin ich auch mit reingelaufen? Also nett, bis du mir das zeigen wolltest. Also nett, bis du mir das zeigen wolltest. . Ja, schreit bloß. Äh, äh. Scheiß Skeff-Spieler, Alter. Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Er drückt mir den Headshot. Ist klar, Junge. Aber du hast doch gut getroffen, oder nicht? Lass mal sehen. Ach so, ich habe ja einen Skeff erschossen. Hit-Counts. Sieben Stück. Ja, den Skeff habe ich mit einem Schuss. Also sechs Schuss hat er abgekriegt. Äh, äh, äh. Und schießt noch wie ein Gott, Alter. Komm, leck mich doch am Arsch, ey. Das gibt es doch alles gar nicht. Und der mit so einer Rotz-Muni auch, ne? Ja, TKM. Ich weiß, ich kriege einen Treffer, da verschwimmt alles vor meinen Augen. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Der Arm ist kaputt und alles. Und der Aua, Aua, Puff, Puff, Headshot. Na, komm, Alter, leck mich. Jetzt gehe ich einen rauchen. Ja, bin ich dabei. Ja. Ey, es geht mir direkt auf den Sack. Ich verstehe es nicht. Wie kann, wie viel hält er denn aus, Mann? Ja, vor allen Dingen. Verpasst mir auch bloß einen Heddy, ne? Ich kann ja auch Ullach alles auf, ne? Oh, und... Hm.